Guten Morgen Leute, es ist gerade 7, 8 Uhr und ich wende mich mit einem kleinen Update aus dem Auto. Die Frage, die sich erstmal hier stellt, wieso ist in dieser Online-Marketing-Szene so weit verbreitet sich immer aus dem Auto zu füllen? Ich meine, jemand muss ja auf die Idee kommen, wenn ich am Anfang gesagt habe, ey, ich bin jetzt manchmal in meinen Videos aus dem Auto. Nichtsdestotrotz, drei kleine Sachen, die ich mit dem Video ansprechen möchte. Das Video wird auf der Startseite landen. Warum? Also erst sprechen wir mal, was ich momentan mache. Nummer 2 ist, ja, Nummer 2 und Nummer 3 sind kleine Geschenke für euch. Dass es bei euch auch in diesem Quartal gut laufen wird. Kleine Geschenke von mir. Darum Nummer 1, ich verbinde gerade E-Commerce mit lokalem Verkauf. Darum habe ich gerade viel zu tun, viel im Stress, viel Organisatorisches, was eigentlich nicht so meine Stärke ist. Ich bin ja für den Verkauf und für Verkauf und Online-Marketing. Aber Organisatorisch gehört auch dazu. Da muss ich das einmal alles klären und dann kann es dann wieder richtig losgehen. Das heißt, Dezember wird spannend für mich. Aber ich möchte, dass Dezember auch spannend für dich wird. Darum dieses Video. Zwei Sachen. Nummer 1, ich möchte dieses Video nutzen, wenn du allgemeine Fragen hast. Das ist eine kleine Fragerunde. Das heißt, wenn du Fragen hast, schreib deine Fragen unten in die Kommentare. Und wir möchten als eine kleine Community agieren und dir dabei helfen. Das heißt, ich werde darauf antworten. Das heißt, du kannst auch Fragen antworten von anderen Leuten. Und eventuell werde ich zu einigen Fragen, wenn diese Frage von mehreren Leuten gestellt werden, beispielsweise werde ich dazu Videos drehen. Das heißt, dieses Video soll dafür dienen. Es soll diesen Vorteil haben, dass du deine Fragen hier runterstellen kannst in eine kleine Fragerunde und wir einmal in der Woche mal reinschauen, alle neuen Fragen durchlesen, die besten Fragen anschauen, näher darauf eingehen, diese beantworten. Und als kleine Community agieren. Okay, das Nummer 1. Nummer 2 ist, ich möchte dir noch ein kleines Geschenk geben. Okay, die letzten Tage waren für mich stressig. Und eines Tages sag ich mir mal entspannt. Dachte, okay, vorbei, Tag ist vorbei. Heute war ein guter Tag. Ich möchte mich entspannen und nichts mehr machen. Aber dann dachte ich mir, warte mal, ich nutze die Zeit, um ein kleines Bonus-Videotraining zu filmen. Darum habe ich einen dreitägigen, kostenlosen Videokurs veröffentlicht. Okay, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Immer untergliedert und jeden Tag wird der neue Tag freigeschaltet. Das heißt, du kannst die Videos des Tages anschauen, wo es nur darum geht. In diesem Videokurs geht es nur darum, deinen ersten Online-Shop Schritt für Schritt aufzubauen und in diesem Online-Shop Verkäufe zu generieren, beziehungsweise mit dem Fokus auf deinen ersten Verkauf. Das heißt, du begleite dich, wie du deinen ersten Verkauf bei deinem völlig neuen Online-Shop machst. Wir wählen deine Nische aus, wir bauen deinen Shop auf und wir machen deinen ersten Verkauf. Der Link wird unten gepostet. Und melde dich unbedingt an, du hast keine Grundbesucher, nicht anmelden solltest. Das ist ein völlig kostenloser Videokurs, das bei dir auch der Dezember gut laufen wird. Das bei dir auch der November-Dezember gut laufen wird. Du voll mit voller Energie, voll Power in den Winter starten kannst und keine Ausreden hast. Okay, keine einzige Ausrede. Hiermit deinen ganzen Ausreden vorbei. Okay, du hast die Möglichkeit, erst Online-Shop-Sell. Wenn du mit Online-Markt hier anfangen möchtest, dann ist das wirklich optimal für dich. Darum melde dich hier unten an, trag dich ein und ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle, weil meine Kamera gerade runtergefallen wäre fast. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle, schreib deine Fragen und die Kommentare. Meld dich unbedingt über diesen kostenlosen Videokurs an und ich wünsche dir, wir sehen uns morgen wieder mit einem neuen Video. Peace out, dein Apo.